Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zur fünften Sitzung unseres Seminars Fankulturen und Fankommunikation. In dieser Sitzung wollen wir uns mit dem überaus spannenden Verhältnis von Fans und Medien, mit typischem Fan-Medienkonsum und Medienaneignungspraktiken von Fans beschäftigen. Und zum Einstieg möchte ich gerne einen Artikel aus dem Berliner Tagesspiegel zitieren, wo es um Internetpraktiken von Fußballfans geht. Da heißt es nämlich, von Fans für Fans. So hat sich im Netz unter anderem eine Meinungskultur entwickelt, die sich als Gegengewicht zu den traditionellen Medien versteht. Viele Anhänger sind nicht mehr gewillt, die mediale Deutungshoheit über ihren Verein anderen zu überlassen. Sie verstehen sich als ein Teil des Clubs und nicht als Betrachter von außen. Und gerade im Netz, so heißt es, nehmen sie die Verteidigerrolle ein. Eine Wagenburg-Mentalität ist die Folge. Wir gegen die da draußen. Ja, das ist also hier ein Medienbericht. Hier versucht ja der oder die Journalistin, sich auch in gewisser Maßen zu verteidigen gegen die Angriffe der Fans, die formuliert werden. Wie sowas im Einzelnen aussehen kann, möchte ich hier mal zeigen. Das ist ein Blogartikel von schwarzgelb.de. Das ist das Fanzine von Borussia Dortmund. Da heißt es in einem Artikel, dieser Tage wird eine Sau durch die Medienlandschaft getrieben. Es ist die kleine süße Kapitänsfrage beim BVB. In der Fußballwelt werden regelmäßig Themen überhöht. Manchmal wird zu viel, manchen wird zu viel Bedeutung beigemessen, vor allem im Sommer- und Winterpause. Und die Sportpresse ist wirklich über jede Sau dankbar, mit der sie sich die Gazetten, mit der sich die Gazetten Tag für Tag füllen lassen. Marcel Schmelz ist unser Kapitän, manifestiert das, wenn Bender den Amtsinhaber jüngst im Interview mit Spocks kommt. Doch Turbojournalist Eki Häuser war sich nicht zu blöd, schon nach dem Gladbach-Spiel auf unfassbar investigative Art und Weise Marco Reus ein Statement zu entlocken, ob denn nicht eigentlich er gerne Kapitän wäre. Selbstproduzierte Schlagzeile nennt man so etwas, sauberen Journalismus nennt man es nicht. Wir finden hier also handfeste Medienkritik. Es sind ein paar ganz interessante sprachliche Merkmale darunter, zum Beispiel das Wort Gazette, was wir als eine abwertende Bezeichnung für Zeitung deuten können. Dann auch hier so ironische Einlassungen wie auf unfassbar investigative Art und Weise und überhaupt eben hier die Medienlandschaft, die Säue durchs Dorf treibt und so weiter. Ja, also wir sehen hier, dass Fans durchaus hart ins Gericht gehen mit den Medien, was auf einer Art auch wieder seltsam ist, denn natürlich sind Fans ganz grundlegend auf Medien angewiesen. Denn wir müssen zunächst mal festhalten, die Mediengesellschaft ist natürlich überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass sich Fantum als Massenphänomen entwickeln konnte. Ja, also früher gab es, wir haben ja schon gesehen, Wagenrennen, zum Beispiel im alten Rom. Ja, aber das war eben wirklich einer sehr, sehr kleinen Oberschicht vorbehalten, sich solchen Vergnügungen hingeben zu können. Damit es wirklich ein, die gesamte Gesellschaft erfassen, das Massenphänomen wird, braucht es sowas wie Massenmedien, welche die Fanobjekte tatsächlich den Menschen auch näher bringen. Wir können deswegen auch festhalten, dass Fansein sehr vieles umfasst, aber ganz wesentlich gehört dazu natürlich auch eine ganz bestimmte Art und Weise der Mediennutzung. Und die Art und Weise, wie wir unser Fansein gestalten, hängt zu einem maßgeblichen Teil davon ab, wie wir Medien nutzen, welche Medien zur Verfügung stehen. Ja, und einfach rein quantitativ, wie wir gleich sehen werden, nimmt Mediennutzung einen wichtigen Stellenwert ein beim Fansein. Wir müssen auch sagen, dass die Medien natürlich daran beteiligt sind, dass öffentliche Personen als Fanobjekte inszeniert werden. Denken wir an solche Berichterstattungsstrategien wie Personalisierung und Emotionalisierung. Wir können das ja gerade jetzt beobachten in der Berichterstattung zum Wahlkampf, der jetzt anfängt, zur Bundestagswahl, die Art und Weise, wie hier Annalena Baerbock inszeniert wird. Und die wird doch in einer gewissen Art und Weise zu einem Popstar gemacht. Eine sehr personalisierte und eben auch emotionalisierte Berichterstattung. Und ja, vielleicht können wir sogar sagen, es gibt inzwischen Baerbock-Fans. Ja, ich zumindest, wenn ich mich auf Twitter umsehe, dann ist das definitiv der Fall. Es gibt jetzt in der Soziologie vor allem natürlich jede Menge Forschung zum Thema Medien und Fans. Und eine berühmte Studie ist hier die von Ohr entnommen, dem Band Fans soziologische Perspektiven, aus dem wir auch schon die Einleitung gelesen hatten. Und hier so ein klassisches quantitatives Untersuchungsdesign, wo zunächst mal einfach erhoben wird, wie häufig nutzen eigentlich Fans Medien. Ja, dann kann man hier auf die verschiedenen Medien Typen und nach zwei verschiedenen Fan Typen unterschieden hier solche Aufstellungen machen. Vier bedeutet täglich, null bedeutet nie und dann irgendwas und dann die ganzen Werte in der Mitte. Ja, und wir sehen, dass also vor allem Fußballfans eigentlich fast jeden Tag in der Tageszeitung versuchen, irgendwas zu erhaschen über ihre Fanobjekte, sprich über den Fußballverein, über Bundesliga, was auch immer. Ja, es hat sich wahrscheinlich heute ein bisschen verschoben, nochmal zehn Jahre danach, weil Tageszeitungen immer unwichtiger werden, aber wir haben eben Internetseiten dafür. Ja, das ist interessant, aber aus linguistischer Perspektive eben irgendwie auch nicht wirklich weiterführen, wenn man einfach nur rein quantitativ erhebt. Und deswegen ist es hilfreich, sich noch in den Cultural Studies umzugucken. Die Cultural Studies, die in den 80er, 90er Jahren massiven Aufschwung erfahren haben, die haben sich schon früh abgewendet von den rein quantitativen Erhebungen, haben sich aber auch abgewendet von den reinen Analysen der Medienprodukte alleine. Ja, das kann man natürlich machen, man kann sich, man kann Fernsehserien analysieren, Filme, die populäre Bücher und so weiter. Aber in den Cultural Studies war der besondere Weg, dass man sich Praktiken der Medienaneignung angeschaut hat. Die Idee, dass also die besondere Bedeutung und die besondere Funktion von populären, populärkulturellen Medienprodukten sich erst dann wirklich umfassend verstehen lässt, wenn wir uns wirklich im Detail anschauen, was das Publikum denn konkret damit tut. Ja, also Praktiken der Medienaneignung. Und wir finden dann natürlich, dass Fans hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn Fans ist einfach, Fans formieren einen Teil des Publikums, die ganz besondere und eben besonders aktive und produktive Eignungspraktiken haben, wie sie im Text von Winter nachlesen können. Medienprodukte sind hier nicht etwas, was Fans einfach nur passiv konsumieren, sondern Medienprodukte sind vielmehr Anschlussstellen für eigene Aktivitäten. Wir können uns Fanszenes ansehen, Prints oder eben inzwischen auch vor allem mit Internet, Blogs und so weiter. Wir finden auch solche Praktiken wie Fanfiction. All das haben wir ja schon angedeutet im Kurs und werden es auch weiterhin analysieren. Wir müssen eben sehen, dass gerade das Web 2.0 hier nochmal wie ein Booster sozusagen gewirkt hat, in dem Fangemeinschaften massiv entgrenzt wurden. Ja, also früher, um früher mit anderen Fans in Kontakt zu treten, musste man entweder tatsächlich zu solchen Fan-Conventions hinfahren oder man musste eben sehr spezialisierte Kanäle nutzen und dann gab es Kettenbriefe und was auch immer. Also das war aufwendig. Heute ist es viel, viel leichter geworden, über das Internet mit Fans weltweit in Kontakt zu treten und deswegen Entgrenzung in quantitativer Hinsicht, aber auch in qualitativer Hinsicht, weil sich eben hier auch verschiedene Fanlager und verschiedene Typen von Fans gewissermaßen durchmischen. Ja, und deswegen haben Costello Moore in ihrer Studie über Medienaneignungspraktiken von Fans im Internet ein Kontinuum beschrieben, das von Lurkern reicht, also rein passive Zuschauer, die auch die Foren möglicherweise mal reinklicken, aber sich nicht wirklich aktiv beteiligen, bis hin zu dem, was sie Cultural Outlaws nennen, also besonders aktive und produktive, aber auch widerständige Fans, die sich nicht einfach auch so hingeben, den redaktionellen Entscheidungen der Drehbuchschreiber und hier versuchen auch Einfluss zu nehmen und sich wehren zum Beispiel gegen zu konservative Geschlechterstereotype in Serien, die fordern, dass dann mehr Gender und sexuelle Diversität abgebildet werden muss, ja, und die tatsächlich auch zum Beispiel Petitionen einrichten und wirklich auch Einfluss nehmen können auf das, was in den, wie die Medienprodukte produziert werden. Ja, damit möchte ich mich gerne mit Ihnen austauschen und in dieser Sitzung werde ich darauf setzen, dass Sie selber ja auch Expertinnen und Experten für Fankulturen sind. Wir möchten sozusagen die Schwarmintelligenz nutzen und versuchen mal gemeinsam möglichst viel an vielfältigem Material zusammenzutragen und dazu bin ich eben auf Ihr Expertentum angewiesen. Darauf freue ich mich. Bis dann. Ciao.